so wir müssen also noch sechs stück killen so das haben wir auch geschafft aber wir sind anscheinend wieder in der open world das bringt alles überhaupt nichts wenn wir das portal nicht schließen schwere geschütze helfen hier weg da kommen sie nur mit der mitfallgelegenheit drauf hier habe ich schon ich könnte aber einen kleinen schubs gebrauchen jetzt ein kleiner schubser sind sie sicher ja es wird lustig es war es war noch nie so lustig jetzt haben wir es geschafft wir brauchen mehr als coole sprüche und halkausbrüche um die restlichen riesigen alien kreaturen zu vernichten laut berichten sind sie nicht nur groß und gruselig sondern anscheinend auch durch eine tanzerung geschützt die schwer zu knacken sein dürfte wenn wir dieses portal irgendwie schließen und loki besiegen wollen dann müssen sie sich sammeln und als avengers zusammenarbeiten wir sprechen hier von der insel manhattan solange mein team nicht gescheitert ist werde ich keinen nuklearen angriff auf unsere zivilbevölkerung anordnen wird vor 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 Was ist das? Ja, der Hulk, der macht da schon eine gute Arbeit. Ja, der Thor ist mir noch am, äh, der Hulk ist mir noch am liebsten. So, Hulk vorwärts. Ja, das wird mir noch am liebsten. So, was müssen wir hier machen? Mensch, ich will mich da konzentrieren. Mensch, ich will mich da konzentrieren. Da, was ist denn da? Da, was ist denn da? Ah, okay, ich will alles zurück, wir haben was übersehen. Können wir hier lange drauf kloppen? Okay. 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 wir können die einem nur so unglaublich auf die nerven gehen die gegner so wo werfen wir das hin haben wir noch ein mini kit und ich bin schon wieder nicht mehr party o mensch geht mir so langsam so auf die nerven ja ja Sir, ein Jet macht sich startbereit. Direkte Fury hat keine Befehlsgewalt mehr. Aufhebungsorder 7 Alpha. Alpha 1 1 bestätigt. Stark, hören Sie mich? Eine Atomrakete ist im Anflug auf die Stadt. Wie viel Zeit? Drei Minuten, maximal. Pakete abgeschickt. Captain, die Bank 42. Ecke Madison. Da wurden sehr viele Zivilisten zusammengetrieben. Unterwegs. Anscheinend ist der Haupteingang zur Bank blockiert. Sie werden sich den Weg freiräumen müssen. Hey! Das reicht. Das reicht.